Dieses ist das zweite Video meiner Miniserie über Top-Dividenden-Aktien in diesem Jahr. Es geht um ein Medienunternehmen mit einer hohen Dividendenausschüttung. Einem starken und gut positionierten Geschäft, dessen Aktien darüber hinaus momentan für einen sehr fairen Preis zu kaufen sind. Die RTL-Gruppe In den deutschsprachigen Ländern dürfte die RTL-Gruppe so ziemlich den meisten Menschen durch seine Fernsehsender RTL, RTL2, Vox und seine Radiostation bekannt sein. Was mich aber nach wie vor immer wieder wundert ist, wie wenig eigentlich bekannt ist, dass man sich über Aktien auch an RTL beteiligen kann. Bitte lese auch den Disclaimer. Ich kann natürlich keine Verantwortung für deine finanziellen Aktionen übernehmen. RTL ist die Abkürzung von Radiotelevision Luxemburg und ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz bestens für seinen Fernsehsender unter dem gleichen Namen bekannt. Es war eine der ersten privaten Fernsehstationen in Deutschland, als es sein Programm im Januar 1984 gestartet hatte. Seitdem ist die RTL-Gruppe stark gewachsen und besitzt und betreibt heute ganz oder teilweise 67 Fernsehkanäle, 10 Streaming-Plattformen, 38 Radiosender, ein globales Business, das Inhalte und Programme produziert und vertreibt, sowie digitale Videonetzwerke in mehreren europäischen Ländern. RTL gehört heute zu den führenden europäischen Unternehmen im Bereich Media, Rundfunk und Programmproduktion. Die Gruppe setzt im Jahr momentan etwa 6 Milliarden Euro um, mit ihren 16.000 Mitarbeitern in weltweit 30 Ländern. Das ist kurz zusammengefasst RTLs Geschäft. Also, Trommelwirbel, wie viel zahlen sie nun an Dividenden aus? In 2021 zahlte RTL 3 Euro je Aktie Dividenden an seine Aktionäre aus. Das ist eine Rendite von 6% auf den aktuellen Aktienpreis von etwa 50 Euro. Eine wichtige Sache, die erwähnt werden sollte, ist, dass der Staat Luxemburg eine Steuer von 15% auf die Dividende erhebt. Darum sind die tatsächlich ausgezahlten Dividenden also nur 2,55 Euro je Aktie, falls du nicht zu einer der Ausnahmen gehörst. Ich setze in die Box unter das Video einen Link zu einem Dokument, das die Regularien aufführt, wer von der Steuer ausgenommen werden kann. Die Dividenden werden einmal im Jahr ausgezahlt, wie das bei uns üblich ist. Die Dividendenhistorie ist sehr stabil, mit der Ausnahme des ersten Corona-Jahres 2020. RTL zahlte regelmäßig in der Vergangenheit hohe Summen an Dividenden aus und erhöhte diese in manchen Jahren sogar noch einmal mit Sonderdividendenzahlung. In den vergangenen 10 Jahren hat die RTL-Gruppe zusammengerechnet 52 Euro ausgezahlt. Das ist ein bisschen mehr als der heutige Aktienpreis von 50 Euro. Die Dividendenpolitik ist äußerst aktionärsfreundlich. Sie planen, mindestens 80% des angepassten Nettoergebnisses für ein Geschäftsjahr auszuschütten. 6% ist eine ziemlich gute Dividendenrendite. Sogar nach Abzug der 15% Luxemburg-Steuer ist es immer noch eine Rendite von mehr als 5% auf den aktuellen Aktienpreis. Schauen wir uns den Free Cashflow an, um zu sehen, ob das Geld auch nachhaltig generiert wird oder ob sie für die Zahlungen in ihre Reserven greifen müssen. RTL hat über die letzte Dekade konsistent sehr hohe Free Cashflows für seine Eigentümer generiert. Sie schwanken etwas, aber auf einem hohen Niveau. Um dir ein Gefühl dafür zu geben, wie viel das eigentlich ist, setze ich die Free Cashflows ins Verhältnis zu den Umsätzen. Was diese Prozentzahl dir sagt, ist wie viel der Umsätze am Ende des Tages für die Eigentümer, also die Aktionäre, verbleibt. Oder in anderen Worten, eine Zahl von 10% bedeutet, dass 10 Cent von jedem eingenommenen Euro für die Besitzer verbleiben. Wenn man die 80% Auszahlungspolitik von RTL im Hinterkopf hat, würde ich damit sogar erwarten, dass es weitere Dividendenerhöhungen, Sonderdividenden oder Investitionen in weiteres Wachstum gibt. Der Cashflow ist äußerst solide. Aber unterstützt die Vermögens- und Schuldensituation, also die Bilanz, auch diese positive Sicht der Finanzsituation? Ich sehe RTL nicht als sogenanntes Equity Play. Das ist der Grund, warum ich nicht in alle Details der Bilanz gehen werde. Aber wir müssen sicherstellen, dass es keine größeren Risiken in der Bilanz gibt. Darum werde ich eine schnelle Analyse machen und mit etwas mehr Sicherheitspuffer arbeiten, damit wir mit den Risiken abgedeckt sind. Wir nehmen die kurzfristigen Vermögenswerte, wie sie in der Bilanz stehen. Wenn du schon mal Videos von mir gesehen hast, weißt du, dass ich mit den immateriellen Vermögenswerten normalerweise sehr vorsichtig bin. Programmrechte sind Teil der kurzfristigen Vermögenswerte und auch immateriell. Aber ich mache hier eine Ausnahme und nehme sie auch mit in die Kalkulation auf, da man sie gut handeln kann und sie zum Kern eines Media-Businesses gehören. Wir entnehmen den Goodwill und die anderen immateriellen Vermögenswerte aus den langfristigen Vermögenswerten und ziehen weitere pauschale 20% als Sicherheitspuffer vom Rest ab. Es ergeben sich 1,2 Milliarden Euro, die wir danach zu den kurzfristigen Vermögenswerten hinzurechnen, sodass wir 5,15 Milliarden Euro an Vermögenswerten insgesamt haben. Von diesen ziehen wir die gesamten Schulden ab und erhalten unser selber errechnetes Shareholders' Equity von 670 Millionen Euro. Das Shareholders' Equity in der Bilanz ist deutlich höher. Der Unterschied dazu wird später eine zusätzliche Sicherheitsspanne bei der Berechnung des inneren Wertes von RTL sein. Um sicherzustellen, dass wir nicht in eine Value-Falle treten, müssen wir die größeren Risiken des Geschäfts verstehen. Oder in anderen Worten, warum ist der Aktienpreis so günstig im Verhältnis zum Free Cashflow? Die Hauptsorge ist wahrscheinlich das Fehlen von echtem Wachstum in den vergangenen 10 Jahren. Sogar wenn man die außerplanmäßige Wachstumsdelle des Corona-Jahres 2020 herausrechnet, hat RTL seine Umsätze zwischen 2009 und 2019 nur um insgesamt 29% erhöht, was im Schnitt nur 2,5% pro Jahr sind. Das zweite Risiko ist der Wandel der gesamten Medienindustrie hin zu digitalbasierten Angeboten. Das Online-Geschäft von der RTL-Gruppe trägt etwa 18% zu den Gesamtumsätzen bei. Das ist sicherlich nicht ausreichend, um in der digitalen Ära mithalten zu können. Aber sie haben das zumindest erkannt und gehen es strategisch an. Beide Punkte bieten tatsächlich auch einiges an Potenzial und Chancen, die wir später in dem Video auch noch aufzeigen werden. Es gibt noch einen weiteren Punkt in der Eigentümerstruktur, den man in diesem Zusammenhang betrachten sollte. Allerdings dürfte dieser Punkt meiner Meinung nach die Aktie nur für die großen institutionellen Investoren weniger interessant machen. Für kleinere Anleger sollte er sie sogar noch interessanter machen. Die Mehrheit von 76% der Anteile der RTL-Gruppe ist im Besitz des deutschen Media-Giganten Bertelsmann. Sie besitzen ihre Anteile an RTL schon seit über 35 Jahren und haben das Geschäft dahin entwickelt, wo es sich heute befindet. Mit der Größe seiner Investition ist es natürlich klar, wer bei RTL das Sagen hat. Für aktive, institutionelle Investoren, die es gewohnt sind, Einfluss auf die Unternehmen auszuüben, bei denen sie engagiert sind, ist das natürlich problematisch. Für kleinere Investoren ist ein sehr langfristig orientierter strategischer Eigentümer wie Bertelsmann, dessen Geschäft selber ziemlich von den Cashflows abhängt, die er von RTL erhält, natürlich ein Stabilitätsanker. Gibt es ein Risiko, dass Bertelsmann irgendwann versuchen wird, RTL komplett zu übernehmen und die verbleibenden kleineren Investoren rausdrängen wird? Ich persönlich glaube nicht, dass das ein größeres Risiko in der vorhersehbaren Zukunft ist, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, Bertelsmann braucht das Kapital, um in digitales Wachstum und die Transformation der Medienindustrie zu investieren. RTL ist nur einer von acht Geschäftsbereichen bei Bertelsmann, und die müssen auch die anderen sieben Bereiche in das Zeitalter des Online-Media-Business transformieren. Zweitens, Bertelsmann hat tatsächlich schon einmal versucht, RTL komplett zu übernehmen. Im Jahr 2007 hatten sie überlegt, die gesamte Firma zu kaufen und besaßen damals bereits mehr als 90% der Anteile. Aber sie haben davon wieder Abstand genommen, aufgrund einer fehlenden, verlässlichen rechtlichen Basis für eine 100%ige Übernahme. Danach haben sie ihren Anteil wieder reduziert und besitzen heute die genannten 76% der Anteile. Wenn man diese drei Hauptrisiken berücksichtigt, stellt sich die Frage, was das Business schützt. Was tut RTL strategisch, um ihr Wachstum und den digitalen Wandel zu beschleunigen? Und was können wir für die nächsten fünf bis zehn Jahre erwarten? Die RTL-Gruppe hat mehrere Standbeine. Abgesehen vom stabilen Fernsehradio und dem damit verbundenen Werbegeschäft, gehört ihnen auch eine Produktions- und Vertriebsfirma für Inhalte mit dem Namen Fremattle. Sie ist global in mehr als 30 Ländern tätig und trägt etwa ein Viertel zum Umsatz von RTL mit bei. Du kennst sie bestimmt für ihre diversen Formate, wie zum Beispiel das Supertalent, Deutschland sucht den Superstar, X-Factor etc. Sie produzieren aber nicht nur für das normale Fernsehen, sondern auch für digitale Unterhaltungssender, wie zum Beispiel Netflix und betreiben darüber hinaus noch mehr als 360 YouTube-Kanäle. RTL plant, die Umsätze von Fremantle bis zum Jahr 2025 auf drei Milliarden Euro zu verdoppeln. Hauptsächlich durch organisches Wachstum, aber auch durch Übernahmen. Dann arbeiten sie am Wachstum ihres Streaming-Geschäfts, das RTL von drei Millionen zahlenden Abonnenten in 2021 auf 10 Millionen Abonnenten in 2026 erhöhen will. Dann mit einem Umsatzanteil von einer Milliarde Euro. Die Wachstumsrate scheint auf gutem Weg zu sein, da sie zwischen 2020 und 2021 ihre Abonnentenbasis bereits um 72% von 1,8 Millionen auf drei Millionen zahlende Kunden erhöhen konnten. Darüber hinaus stärken sie momentan ihr Kerngeschäft. Für 230 Millionen Euro hat RTL gerade das deutsche Medienunternehmen Gruner und Jahr übernommen, um einen Cross-Media-Champion zu formen, der die Streaming-Dienste boostet und Kostensynergien von über 100 Millionen Euro bis 2025 schafft. Diese strategischen Initiativen gehen alle in die richtige Richtung. Aber was können wir in Bezug auf die zukünftige Wachstumsrate ihres Geschäfts erwarten? Das durchschnittliche jährliche Wachstum von 2,5% der vergangenen Jahre ist natürlich weit entfernt davon, großartig zu sein. Und obwohl ich glaube, dass die strategischen Initiativen einiges an Wachstum in den nächsten 5 bis 10 Jahren schaffen können, und sie haben sicherlich auch den Cash verfügbar, um dieses Wachstum zu finanzieren, wird sich ein Unternehmen und seine Wachstumsgeschwindigkeit nicht plötzlich dramatisch ändern. RTL wird wahrscheinlich nicht auf einmal mit durchschnittlich 15 bis 20% in der nächsten Dekade wachsen. Für meine Berechnung nehme ich eine Wachstumsrate von 5% pro Jahr an, was ein bisschen besser ist als in der Vergangenheit. Aber meiner Meinung nach immer noch vorsichtig gerechnet, wenn man sich ihre Pläne anschaut. Die wichtigste Frage ist jetzt noch, ob RTL tatsächlich seinen Preis wert ist. Um das herauszufinden, nutzen wir die Ergebnisse unserer Analyse für die Berechnung des inneren Werts. Wir setzen die angenommene Wachstumsrate von 5% und den 2021er Free Cashflow von 714 Millionen Euro in mein Company Evaluation Spreadsheet, das du auch kostenlos von meiner Webseite runterladen kannst, wenn du willst. Das Sheet berechnet den angenommenen zukünftigen Free Cashflow und zinst ihn auf heute ab. Wir setzen das vorhin berechnete Shareholders' Equity von 670 Millionen Euro ein und erhalten einen gesamten momentanen Wert von 7,5 Milliarden Euro für die RTL-Gruppe. Wenn wir die Zahl von 153,6 Millionen ausgegebenen Aktien eintragen, erhalten wir einen Wert je Aktie von ungefähr 49 Euro. Das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, hatte eine Aktie von RTL einen Preis von etwa 50 Euro. Die Aktie wird also momentan etwa um den inneren Wert herum gehandelt. Eine Sicherheitsspanne für eventuelle Fehler in unseren Abschätzungen ist also im momentanen Aktienkurs nicht enthalten. Aber wir haben noch eine Sicherheitsspanne von etwa 3 Milliarden Euro aus dem Goodwill und den immateriellen Vermögenswerten, die wir bei der Berechnung nicht berücksichtigt hatten und die den Wert um zusätzliche 19 Euro je Aktie erhöhen würden. Auch noch erwähnenswert ist, dass unsere Abszinsrate bereits eine gewünschte Rendite von 8% pro Jahr enthält. Zusammengefasst scheint die Aktie sehr fair bepreist zu sein, aber eben auch nicht spottbillig. Zusammengefasst, RTL ist ein starkes und gut positioniertes Geschäft, das regelmäßig hohen Free Cashflow generiert und äußerst attraktive Dividenden auszahlt, die durch den generierten Cash mehr als abgedeckt sind. RTL mag mitten in einem großen Industriewandel sein. Wenn man seine Marktposition berücksichtigt, ihre strategischen Wachstumsinitiativen und ihre Fähigkeit, dieses Wachstum aus der eigenen Tasche zu finanzieren, glaube ich, dass du einen ziemlich fairen Wert erhältst für den Preis, den du für eine Aktie zahlst. Wenn du das erste Video der Top 2022 Dividendenaktien über Walgreens noch nicht gesehen hast, ein äußerst gut positioniertes Unternehmen, kannst du hier klicken, um es dir anzuschauen. Und das dritte Video dieser Miniserie wird direkt hier unterhalb verlinkt, sobald es veröffentlicht ist. Bis dann!